Super Fiesta in Halo 5 Guardians Multiplayer, yeah, super, toller Ab, am Abdrehen, gerade ich stehe auf Super Fiesta, ein Nebenswad, einer meiner absoluten Lieblingsdinger, absolut. So, hau einfach rein und fertig ist, was machen wir jetzt hier für Spästkes, einfach reinhauen. Ähm, gerade wo wir jetzt, äh, oder wo ich jetzt gesagt habe, absolute Lieblingsmodis, würde mich interessieren und das ist mir aus, wirklich völlig schnuppen, aus welchem Teil, was ist euer Lieblings, äh, Multiplayer, Map, Karte, Spiel, ist mir scheißegal, wie gesagt, in welchem Halo Teil, äh, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie gesagt, würde mich mega interessieren, ja, das ist mir auch völlig wurscht, im Prinzip, also mir persönlich gefällt ja meistens Watt, ja, äh, wobei ich immer noch, ja, schwierig zu sagen, ob das noch an Halo Reach oder, ähm, 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 oder jetzt hier in 5 mehr, ich mein 5 ist eigentlich das aktuellste, deswegen zocke ich auch da wie so ein Eumel, so, oh, 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 super, wollte gerade nach dem Hammer schon, ja, echt, ähm, immerhin, gut, vom aktuellsten Teil her, würde ich sagen, so, vom aktuellsten Teil her, würde ich sagen, Halo 5 Guardians, wo hat der mich denn jetzt erwischt, kein Schimmer, ähm, weil es jetzt vom, äh, Halo Guardians ist, aber, ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, würde ich sagen, ne, so, oh, oh, geht doch, geht doch, war das zwar nicht mein verdient, aber egal, oh, was ist das denn für ein Typ, mit seinem scheiß Grafhammer, alter, er hat aber jetzt, der hat aber jetzt gedonkt, wo ist er denn, hopp, kacke, wie gesagt, bei mir, äh, denke ich, äh, so ein Reach, so, das war ja cool, das war kult, war auch fun, aber, hoppa, 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 nicht den, den ich wollte, aber egal, so, aber den habe ich erwischt, boah, ah, ich glaube, den habe ich erwischt, oh, 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 ich glaube, ich habe meinen eigenen Kameraden erwischt, das ist das, traurig, traurig, aber was habe ich denn jetzt, oh, Spatenlaser, das ist immer so eine Sache, Aufladezeit dauert manchmal mehr als, als sonstiges, ne, kannst knicken, alter, kannst du knicken, aber mit Spatenlaser echt scheiße, ah, das war schon mal besser, aber ob ich damit jetzt, oh, Glückspilz, Glückspilz, Johnny, ah, mega, Glückspilz, Johnny, Deck, alter, alter, das gibt es doch gar nicht, lose jetzt mega ab als sonstiges hier, das ist jetzt schon wieder kaputt, oh, mein jetzt, aber jetzt wird es hier, jetzt wird es hier traurig, jetzt wird es hier gerade mega traurig, starte ich so wie fast am Anfang, her, ey, alter, ich dreh am Rad, ich dreh am Rad, ah, es wird echt traurig gerade, bei mir, ah, das fing doch gut, fing doch gut an, ja, aber das ist super, das ist das, was mich ja Spaß macht, das ist, du kriegst einfach Weapons, boah, jetzt dachte ich schon, das ist einfach Weapons und, ah, ob es passt oder nicht, Boah, kacke, dieser scheiß Einsaugungsgedöns, ah, ist doch, miese, miese Brise, jetzt haben die jetzt aufgeholt, das ist jetzt natürlich kacke, miese Brise, der ist so kacke, ich stehe, ich stehe aber am zweiten, das pisst mich gerade jetzt an, echt mega gut angefangen, das wäre jetzt super awesome, wenn ich den erwisch hätte, Gegner, auf halbem Weg zum Sieg, ja, ja, Gegner, können wir gerade so tierisch am, am, Bubbles, gönnen die mir, Bubbles, es gibt's doch jetzt nicht im Ernst jetzt, alter, boah, die Nade hätte ihn sowas von erwischen müssen, aber mega erwischen müssen, nein, bloß, ich krieg' die, ich krieg' die Pimpernellen, ich wollte schon meinen, also ein bisschen, ein bisschen, muss das jetzt hier ruleen, hier, ist aber wenigstens gut, ey, zwei, zwei Mann auf einmal, bam, da, sehe ich was, da, sehe ich was, uh, ruhiges Händchen würde ich jetzt nicht nennen, das war eher eine Panikattacke, oh, 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 das können weh tun, ah, blöder Sack, kann aber loslassen, was ist das, hui, das war jetzt natürlich für die Nüsse, ein Schuss, shit, von weg, bringt mir hier nix mehr, bringt mir gar nix, mit den Kugeln versuche zu schießen, klar, sowohl hinter mir als auch vor mir, aber wird das spannend gerade, ich habe jetzt gerade keinen Bock über irgendein Thema zu parken, ich finde das jetzt gerade hier, ah, fuck, mega spannend, Scharfschütz von Johnny am Start, sehe ich gerade, so, wieso kriege ich immer einen Spacken jetzt, alter, das mit dem Schwert, das war jetzt so unnötig, ne, oh, ich sehe es jetzt schon kommen, ich sehe es jetzt kommen, Sausack, so, Digga, aber eigentlich, hätte er schneller sein müssen, das gebe ich auch oft und ehrlich dann zu, in dem Moment, weil, er war jetzt nicht gerade langsam, muss aufpassen, meine Energie, so, zack, wenn ich renne, geht's ja nicht, ah, dann laden meine Schilde nicht auf, ah, wo sind die jetzt, die Kröten, bam, ich weiß, ein Hammer ist ja jetzt nix, aber, ist ein Hammer halt, ne, so, Hammer, 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 hart, so, oh, hatte ich jetzt n Scharfschützen, der wollte es wissen, glaube ich hatte n Scharfschützen, der wollte es wissen, und, okay, das hätte ich sonst auch erledigt, das war kein Thema, das hätte ich sonst auch gemacht, mein Kind ist ja, man muss ja immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben, yo, Johnny lässt grüßen, ach, komm, ah, voll reingefallen, fuck, 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 jetzt kommen die Hammer, ah, ah, boah, nein, mhm, scheiße, och, kär, Äh, das ist aber kacke jetzt. Das ist doch kacke, Alter. Ja, kill ihn bitte. Der hat, ey. Das ist doch unnormal jetzt. Hast du einen scheiß Partner, ey, sondern... Äh, die auch, ich... Ich weiß, die Roten machen uns platt. Definitiv. Die haben das verloren. Schon als sie das erstmal in die Führung gegangen... War es klar. Ja, wir werden es nicht gewinnen. Werden wir nicht. Ich habe das im Gefühl. Hey, das ist doch... Katze-Maus-Spiel in mir. Oh, ey, wieso starte ich mit so einer Kacke? Gebt mir doch den Hammer, wenn ich da dran bin. Drei-Facher-Abschuss. Drei-Facher-Abschuss. Ui. Das wird jeder. Drei-Facher-Abschuss. Ah, noch gewonnen, Alter. Noch gewonnen. Digga, das war so... Das war so knapp. Das war so knapp. Boah, Digga, Alter. Boah, Digga. Boah, Digga. War das jetzt aber arschknapp. Warte, das muss ich mal echter gucken. Ja, ja. Ist ja gut. Uiuiuiuiuiuiuiuiui Okay, jetzt bin zweiter geworden Ist egal Ich hab auch 20 Tode Ich bin der einzige mit den meisten Tode Das war sowas von scheißenklapp jetzt Digga bin ich aber jetzt Hammer kam mir jetzt echt zugute Und gut, dass die alle nach unten gegangen sind Sonst wäre nie so gut gelaufen Digga war das jetzt gut So 150 Folge fällt mir gerade ein Ist doch super die 150. Folge gerade so spannend zu machen. Aber gut. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns am Anfang in der nächsten Folge. Euer Alpha Chief. Ciao.